Was ist das Thema für die Fangemeinde? Wir haben natürlich wie jedes Jahr immer etwas für unsere Fangemeinde mitgebracht. Das heisst konkret, wir haben Messer aus Aluminium oder mit Aluminiumschale. Und da wurde schon längere Zeit gewünscht, dass wir da die Schere mit einbauen. Und das ist relativ komplex, das Thema. Eine neue Schere, neue Werkzeuge usw. Wir haben uns daran das Thema gemacht und können jetzt in diesem Jahr die ersten Taschenmesser mit Schere präsentieren. Also ganz tolle Dinge. Natürlich sind auch die anderen gewohnten Dinge mit dabei. Aber in diesem Jahr, wie gesagt, die Schere ist ganz wichtig für uns. Darf ich jetzt nicht zu stark darauf eingehen, auf dieses Thema. Es ist eigentlich baugleich, wie Sie es erwähnen, hat aber dann eine Damastklinge. Und das Problem ist, dass wir das in einer limitierten Auflage herstellen und dann im April ausgeben werden. Das heisst konkret, wir haben wahrscheinlich da ein Luxusproblem, dass es relativ schnell wieder weg sein wird. Aber es ist schon so, der Kleine ist stolz, wenn der Vater Vertrauen hat und ihm eins in die Hand gibt. Und das ist wie ein Beweis dafür, dass er jetzt doch auch dazugehört. Und andererseits ist es auch so, dass man natürlich damit bis ins hohe Alter immer sich aus jeder Notsituation retten kann. Und das ist ja eigentlich dann auch das, was einem das Leben lang begleitet. Und das macht natürlich Freude, wenn wir das dürfen. Wir sind die kleinen Helfer in der Not. IWA ist für uns die Messe, wo wir unsere Freunde treffen. Das ist die Klientel all das. Das stimmt alles ganz klar auf uns überein. Also wir freuen uns jedes Jahr und wir werden auch von der Messe hier extrem gut bedient. Und das ist die Stimmung und das ist einzigartig. das ist alles ganz klar auf uns überein. Vielen Dank.